ARD Text im Auftrag von Funk Haben Sie Drogen genommen? Ja, jede Menge. So wie alle, die Ihnen... ...einen Mord an einem Fußballer aufgerufen, der am nächsten Tag erschlagen am Maschsee lag. Das habe ich nicht, so war das auch nicht gemeint. Wo waren Sie nach dem Spiel? Kevin Farber wollte sich von Ihnen trennen. Kevin, von mir... Wie kann man denn unabsichtlich Mails lesen, bitte? Ja, was... Was? Ja, was... Verdammt. Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesprochen? Vorhin nicht. Sie sind vorläufig festgenommen. Was? Gefällige Körperfälle zu. Der Walter darf versorgen, dass Sie mir die Lizenz entziehen.